Und ich begrüße euch, guten Tag, hier ist wieder Tobi, wir sind zurück, FIFA 19 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Zuletzt ein 2 zu 1 Sieg gegen Bayer Leverkusen, bei dem sich die Bremer stark präsentiert haben. Pavlenka, der doch des Öfteren mal ganz wichtig eingegriffen hat, aber unterm Strich war das ein verdienter Sieg in Leverkusen. Die Bremer haben sich belohnt und so 2 zu 1 das Ding nach Hause geschaukelt. Jetzt das nächste Spiel dann gegen Mainz 05, auch das wird jetzt nicht einfach, auch wenn das natürlich ein anderer Gegner ist. Aber da musst du trotzdem, das musst du erstmal gewinnen. So, Rose wird ausgeliehen, das passt. Spieler auskuriert, Johannes Eggestein ist zurück, aber spielt jetzt gar nicht die ganz große Rolle. Ich würde ganz gern etatmäßig Harnik durch Yuya Osako austauschen und Marco Friedl mitnehmen für Kevin Möwald. So, im nächsten Spiel wird Felix Be... Ne, komm, wir lassen Gebre Selassie, aber Beemo können wir auf jeden Fall mal einwechseln. Und ich möchte Bargfriede für Shain von Anfang an spielen lassen. Ja, das können wir eigentlich so machen. Konate, das gefällt mir gut. So, das war jetzt unsere Standardaufstellung. Ich muss mal gucken, wir werden uns mit Shain und Bargfriede... Das werden wir ein bisschen durchwechseln, so wie wir es brauchen. So, und dann gucken wir mal. Also, wir spielen bei Schnee. Deswegen gut, dass ich nichts Weißes nehme, sondern das schwarze Trikot. Ähm, und dann würde ich sagen, Freunde der Sonne, wir gehen rein. Zu Hause gegen Mainz, das Ding musst du schaukeln. Gerade wenn du jetzt Leverkusen besiegt hast, Schalke besiegt hast, da wäre das schon wichtig. Nämlich in Mainz haben wir verloren. Das war eine bittere Pille. Das war eine ganz bittere Pille. So. Das ist Max Kruse. Lockerlässiges Warmmachen ist angesagt. Naja, lockerlässig ist vielleicht der falsche Begriff. Also, da muss schon Spannung hinter sein. So, Werder Bremen gegen Mainz. 0-5. Die Bundesliga. Ich weiß gar nicht, welcher Spieltag ist. Wir sind ja schon relativ weit, tatsächlich. Ähm, gucken auf die Aufstellung der Bremer. Mit Augustin Zankonate, Vekovic und Gebris Selassi in der Verteidigung. Eggestein-Bark, Friede-Klasen im Mittelfeld. Und ganz vorne, BKR, Bako, Kruse, Rashica. Und, ähm, ja. Diese Aufstellung hat sich soweit erstmal bewiesen in den letzten Wochen. So, und die Mainzer, auch das interessiert uns natürlich. René Adler, den kennen wir alle. Davor Martin, Bell, Hack und Brosinski. Gerbermann, Danny Latza im Mittelfeld. Holtmann, Maxim, Öztunali und Anthony Uccia. Da sind ein paar dabei, die Bremer Vergangenheit haben. Gerade wenn ich an Uccia denke, wenn ich an Öztunali denke. Ja, ja, da war doch mal was. So. Aber das, äh, darf uns jetzt nicht interessieren. Wir haben, äh, nach dem 2-1 gegen Leverkusen jetzt hier natürlich auch die Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen. Es gab zuletzt des Öfteren frühe Führungen. Sind wir mal gespannt, ob das heute auch so sein wird. Max Kruse zumindest mal mit einem ersten Abschluss. Es läuft die dritte Minute. Und gleich, wenn die vierte läuft, können wir uns denken, ah, da führte Bremen schon gegen Bayer Leverkusen, abseits von den Mainzern. Klasen mit Kruse. Ball kommt nicht durch zu Raschica, schade. Guter Pass auf Gerrit Holtmann. Ein guter Pass. Ich glaube, Schirberma hat den gespielt. Gerrit Holtmann, die Flanke ist aber zu schwach. Das kann Pavlenka antizipieren. Da war mehr drin. Da war tatsächlich mehr drin. Jetzt die Bremer mit Klasen. Eggestein in der Mitte. Ist wieder Davy Klasen. Drüben Ezequiel Barco. Die Mainzer können in letzter Sekunde dazwischen spritzen. Barco. Ah, schon am Abseits. Ja, ja, ja. Ungeschickt gemacht. Müssen sie sich ein bisschen cleverer anstellen, die Bremer. Ein paar kleine Fehler sind noch drin. Ich weiß nicht, inwiefern der Boden jetzt hier als Ausrede gelten darf. Wohl eher nicht. So, das war kein Abseits. Levin Öztunali scheitert an Pavlenka. Im Eins gegen Eins. Das war die hundertprozentige Chance für Mainz, hier in Führung zu gehen. Pavlenka ist da. Bremer spekulieren auf Abseits. Luda Augustinson ist dann zu weit weg. Macht die Lücke auf. Und so hat Bremen Glück, dass es hier noch 0-0 steht. Und jetzt gucken wir mal auf Ezequiel Barco, der den Ball da drüben nicht bekommt. Zum wiederholten Mal, dass ein Ball da nicht präzise genug gespielt ist. So, Luda Augustinson jetzt gefordert. Lässt die Flanke zu, aber Veljkovic ist da. Ja, raschlich zwar, das ist zu vorhersehbar gewesen. Die Mainzer haben im Moment gar nicht so viele Probleme, die Bremer hier zu verteidigen. Weil das offensiv dann bisher doch noch zu mau ist. Gut von Pavlenka. Ne, auch da Rashica nicht gut in der Ballbehandlung. So, jetzt vielleicht mal mit Tempo. Bargfrede, Kruse. Boah, auch das funktioniert gar nicht. Also die Bremer haben da gerade technisch des öfteren Defizite. Auf Ezequiel Barco. 1-0 Werder. Und das kam eher aus dem Nichts. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Davy Klaasen macht das 1-0. Nachdem Ezequiel Barco in einer Phase, der die Bremer jetzt gar nicht so stark schien. Im Gegenteil. In einer Phase, der Ezequiel Barco einfach mal denkt, ich schieße mal. Ist im 16er, schießt und dann Adler, der den genau ins Zentrum abwehrt. Und da wartet Davy Klaasen. Und der hat dann gar kein Problem, den eben mal lockerlässig aus 8 Metern über die Linie zu drücken. Und Texball sagt, so einfach ist es doch. So einfach ist es doch. Davy Klaasen trifft erneut. Schon beim letzten Mal das 1-0 gemacht. Hier erzieht er sein 8. Tor in dieser Bundesliga-Saison. Das kann man wohl so machen. 1-0 Werder. Und das ist vielleicht auch eine der neuen Qualitäten. Dieser Bremer. Dass sie, selbst wenn sie kein gutes Spiel machen, trotzdem in der Lage sind, in Führung zu gehen. Haben dann natürlich das Glück auf ihrer Seite, dass Nezunali im 1 gegen 1 scheitert gegen Pavlenka. Aber trotz technischer Ungereimtheiten, die es hier durchaus gab, ist Bremer in der Lage, hier aufzudrehen. Und mit 1-0 in Führung zu gehen. Raschitzer. Klaasen, Kuse. Nächster Abschluss wird wieder gefährlich für Mainz, aber diesmal können sie es bereinigen. Für die ist das natürlich jetzt auch erstmal eine Pille, die sie schlucken müssen. Kommen ja eigentlich wirklich gut in diese Partie rein, lassen die Chance durch Öztunali liegen. Und auf einmal steht es dann 1-0 für den Gegner. Und auch hier. Das ist auch ein ganz dickes Ding gewesen. Also ich glaube, es war wieder Öztunali. Schauen wir nochmal aufs 1-0. Von Davy Klaasen. Aber trotzdem gerade, das war die Riesenchance wieder für Öztunali. Und die hätte Mainz hier das 1-1 bringen können. Konaté verfolgt Öztunali, fehlt dadurch natürlich in der Mitte und das macht sich bemerkbar. Mainz gleicht aus. Konaté lässt sich da auf den Flügel ziehen. Und dann haben die Bremen eine massive Unterzahl im Zentrum. Und die macht sich hier bemerkbar. Plötzlich ist Hintergeber, der lässt sich dann alles frei. Der ist natürlich ins Zentrum gerückt. Und Mainz gleicht aus. Da kann auch Pavlenka nichts machen. Den kriegt er direkt unter das Dach gezimmert. Okay. Mainz meldet sich zurück. Gerrit Holtmann. Das haben die Bremer einfach nicht gut verteidigt. Konaté, der da aus welchem Grund auch immer, Fuchsteufelswild auf den Flügel stürmt, um Öztunali zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob Öztunali ihm irgendwie sein Essensgeld geklaut hat. Irgendeinen Beweggrund muss es gegeben haben. Jetzt gucken wir mal, wie die Bremer das hier wegstecken. Der Geklasen wird geschickt. Kriegt den Ball erst einmal nicht. Das war nicht ganz ohne Risiko, wie Mainz das spielt. Hack und Holtmann. Holtmann macht ein gutes Spiel. Alexander und Maxim. Einige für Mainz. Gleiches Halbzeit. Gelingt hier noch irgendwem vor dem Pausentee. Ein ganz besonderer Moment. Vielleicht ja den Mainzern. Vielleicht ja den Mainzern. Pavlenka. Muss nochmal die Pfoten enthalten. Nach einer Ecke vier das Tor gegen Leverkusen. Und der ist für Pavlenka. Und der ist für Pavlenka. Gigi Pavlenka ist eine Bank bei den Bremern. Mainz könnte hier mit 2 zu 1 führen. Tun sie aber nicht. Dank Pavlenka werden sich die Bremer sagen. Der sich aber auch aufregt. Sagt, Jungs. Kann doch nicht sein. Bremen muss da ein bisschen fein justieren. Das funktioniert noch nicht so gut. Das funktioniert noch nicht so gut. Klaasen zwar getroffen. Gefällt mir aber nicht so. Ich hätte ganz gern keins auf dem rechten Flügel. Ich würde keins ganz gern mal auf dem rechten Flügel spielen lassen. Was können wir mit Barco machen? Barco kann noch Stürmer spielen. Ah, ich kann Kruse nicht rausnehmen. Komm, wir stellen Barco mal nach rechts. Packen keins rein. Mal schauen, wie Barco das auf der anderen Seite macht. Rasch, ich sage, gefällt mir heute nicht. Auch viele Laufwege bei den Bremern, die einfach überhaupt nicht passen. Da werden Pässe in Räume gespielt, wo dann überhaupt keiner steht. Das muss anders werden. Und genau darauf werden die Bremer hier im zweiten Durchgang hoffen. Auf nochmal ein bisschen Besserung. Klar, es steht 1-1. Das ist jetzt kein Drama. Nichtsdestotrotz. Muss hier mehr sein. Wer besser aus der Kabine kommt. Gerrit Holtmann, ein Schlüsselspieler für Mainz in Halbzeit 1. Und so, ja. Die Mainzer zumindest mal mit der ersten nennenswerten Torchance im zweiten Durchgang. So, Maxi Eggestein. Das ist ein starker Pass. Davy Klaasen. Davy Klaasen macht das 2-1. Starker Moment von Eggestein, der im Zusammenspiel mit Klaasen super funktioniert in dieser Sequenz. Da lassen die Bremer mit ihrer Klasse aufblitzen. Zur Freude des grün-weißen Anhangs im Weserstadion. Das gucken wir uns gerne nochmal an. Eggestein und dann in die Schnittstelle gechippt auf Klaasen. Und der hat einen Wumms. Und unhaltbar an Adler vorbei. Perfekt getroffen. Nichts zu halten. In den Winkel. Und Werder Bremen führt wieder. Doppelpack Davy Klaasen. Das müsste doch jetzt zumindest mal für ein bisschen Ruhe sorgen. Könnte man meinen. Iseki Bako. Starker Zweikampf von ihm. Jetzt müssen sich die 0-5er wieder schütteln. Klaasen mit der Balleroberung. Und mit dem Pass auf Bako. So und da steht Mainz jetzt ein bisschen sehr blank. Bako wird gefoult. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Bako bekommt den Schubser von hinten. Der ihn da am Abschluss hindert. Puh. Video-Schiedsrichter. Anyone? Robin Kweiser. Konferenz in die Uccia. Ah, das war eine brenzlige Szene für den Schiedsrichter. Würde ich tatsächlich von Glück reden. Für die Mainzer. Schade, Eggestein sieht, dass Bako durchstartet. Also Bako belebt jetzt diese Seite. Rashica hat da heute nicht so wirklich ins Spiel gefunden. Und Bako macht das da tatsächlich wirklich gut. Jetzt gucken wir mal auf die Mainzer mit Kweison. Aber das Bremer Defensivkonstrukt, das arbeitet füreinander. Eines steht da für den anderen ein. Das funktioniert ganz gut. So, Kainz. Der ist ja auch da. Eggestein. Ah, sieht den heraneilenden Kruse. Jetzt gucken wir erstmal auf Bako. Auf Eggestein. Auf Kainz. Florian Kainz mit Max Kruse. Gut gesehen. Wenig draus gemacht. So, wir können noch einmal wechseln. Und zwar hätte ich gerne Friedl für Augustinsson. So, für den letzten Wechsel heben wir uns irgendwas im Zentrum auf. So haben wir die linke Seite. Neu besetzt. Kainz und Friedl spielen jetzt also links. Bako hat sich ja dann schon relativ früh auf die andere Seite orientiert. Nach der Einwechslung von Kainz. So, und da ist Florian Kainz. Da ist Florian Kainz. Zögert zu lang. Zögert zu lang. Das sind die Sekunden. Die wenigen Sekunden. Die dann ein, ich glaube Alexander Hack ist es, braucht. Um da noch dazwischen zu gehen. Nur Eckstoß. Ein Wurf Werder. Kainz verliert den Ball. Seit seiner Einwechslung nicht ganz so gut im Spiel. So, Gebru Selassi. Ja, Pavlenka ist da. Und jetzt kombinieren die Bremer das gut raus. Kainz. Kruse. Kainz ist aber nochmal da. Klaasen. Kruse. Aber Freistoß Bremen. Viertelstunde noch zu gehen. Es steht 2 zu 1. Nach 77 Minuten sah das gegen Leverkusen auch so aus. So, Bötius. Der hat die Bremer im ersten Spiel abgeschossen. Kommt für Öztunali. Die Alarmglocken sollten läuten. So, da ist er am Ball. Pavlenka ist da. Und bringt den Ball in Richtung Kainz. Der kann ihn auch festmachen. Da ist Kruse. Und der, boah, will den chippen. So ist das Tor von Klaasen vorhin in etwa gefallen. Jetzt gucken wir erstmal, was die Bremer da machen mit Barco. Barco mit Kainz. Mit dem 3-1. Und damit ist der Deckel drauf. Damit ist der Deckel drauf. Ezekiel Barco für Florian Kainz. Da wollte ich gerade so eine kleine Dramaturgie aufbauen. Aber die Bremer machen den Deckel drauf. Und Kainz trifft. Das ist wichtig für ihn. Das ist immens wichtig für ihn. Und wer bereitet es ihm vor? Ausgerechnet Barco. Der ihm ja, ähm, den Platz geraubt hat. Und Bremen führt. 3-1. Das ist stark. Florian Kainz. Und da freuen wir uns doch. Mit Florian Kainz. Für Florian Kainz. So. Und jetzt ist die Frage, ob hier nochmal irgendwas anbrennt. Und die Antwort darauf sollte eigentlich ganz eindeutig Nein heißen. So. Fünf Minuten noch. Mainz wird da wohl nicht mehr viel mitzureden haben. Dieses 3-1 dürfte hier alles klar gemacht haben. Marco Friedl. Liegt da jetzt immer noch am Boden? Marco Friedl. Schiedsrichter könnte das Spiel jetzt auch mal unterbrechen, tatsächlich. So, Friedl immer noch an Ort und Stelle. Da ist er jetzt wieder. Kriegt den Pass sogar noch gespielt. Ganz drüben. Ganz drüben. Ezequiel Barco hat jetzt mal die Seite gewechselt. Die Flanke kriegt er nicht mehr rein. Nachspielzeit läuft auch schon. So, wir hoffen, dass da Marco Friedl nichts weiter zugestoßen ist. Ja, Verletzung. Das, äh, danke für den Hinweis. Gucken wir nochmal. Florian Kainz. Die Flanke da ist. Nochmal Max Kruse mit Eggestein. Und René Adler. Muss nochmal zupacken. Und das war's. Werder Bremen gewinnt mit 3-1 gegen Mainz 05. Im zweiten Durchgang, fand ich, war das von den Bremern doch eine ansprechende Leistung. Die ersten 20 Minuten haben mir nicht ganz so gefallen. Bremen, aus irgendeinem Grund, äh, auf dem Boden, technisch, ja, ging da nicht viel. Auch Laufwege haben da nicht gestimmt. Wenn das Ding hier reingeht von National, ich glaube, dann läuft das Spiel schon mal anders. So. Und, ähm, wir gucken mal, was das jetzt für die Tabelle bedeutet. Wenn wir die anderen Ergebnisse noch sehen. So. Alle haben 27 Spiele hier oben. Also, es ist Platz 6. Weil oben dann auch alle gewinnen soweit. Also, wir bleiben auf dem... Boah, Bayern nach 27 Spielen 67 Punkte stark. Sind ja gar nicht mehr so viele Spieler. Dann ist die Saison ja auch schon wieder vorbei, Freunde der Sonne. Dann ist die Saison auch schon vorbei. Und jetzt müssen wir dann auch langsamer anfangen, über Saisonziel Europa zu reden. Oder? 4 Punkte Vorsprung vor Frankfurt. 1 Punkt hinter Leverkusen. Im Moment ist es der Europa-League-Platz. Warum nicht? Warum nicht? Gucken wir nach unten. Düsseldorf, Nürnberg, die beiden Aufsteiger. Und Hannover 96 stehen gerade unten drin. Und davor RB Leipzig auf der 15. Zwar mit 6 Punkten Vorsprung vor Hannover. Aber, puh. Düsseldorf müssen wir, glaube ich, sagen, ist weg. 55 Gegentore. Nur 17 geschossen in 27 Spielen. Das ist nix. Ähm, ja. Nürnberg schießt 27. Kriegt aber auch 51. Ja, und hier oben haben wir dann die Bayern. Dortmund, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen und Werder Bremen. Das sind die Top 6 im Moment. Ich würde mich über Europa League freuen, ne? Ähm, keine Frage. Hoffen wir, dass es dafür dann auch am Ende der Saison reicht. Mit diesen letzten drei Siegen in Folge müssen es sein. Schalke, Leverkusen und jetzt Mainz. Ähm, mit diesen drei Siegen können wir doch erhobenen Hauptes in die nächsten Wochen gehen. Schauen wir noch einmal ganz kurz, was denn in diesen nächsten Wochen dann auf uns zukommt. Ähm, jetzt haben wir erstmal hier ein Päuschen. Und danach Gladbach, Freiburg, Bayern, Düsseldorf, Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Und das ist das Schlussprogramm. Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Das sind die letzten drei Spiele, in denen wir entscheiden müssen, ob es um Europa geht oder nicht. Die Leipziger bleiben hinter ihren Erwartungen zurück im Moment tabellarisch, weil es nicht heißt, weil es nicht heißt, dass sie eine schlechte Truppe haben. So, in dem Sinne für heute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt FIFA 19, Tobi Dexmann, Karriere mit dem SV Werder Bremen. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.